Der Krieg war zu Ende, die Schule war zu Ende, wo ist dein Leben dann wieder gelaufen? Ja, da war ich 18 Jahre, da bin ich ein Jahr im Krankenhaus in der Köpfe leer. Wo war es das? In Bühlen, in Bühlen, da war ich im Krankenhaus da, da bin ich da oben und da waren meine älteren Geschwister. Die älteren Schüster, die Wasser drauf und die anderen zwei, die sind dort drauf. Ja, und da war es wieder in Stufen, in Huse, dass wir dann die Verarbeitung machen müssen. Habe ich zu den Tietern noch einen Knecht und eine Magdheit oder habe ich alles von der Familie gemacht? Nein, da wird das von der Familie gemacht. Und wo viel Jahr bist du dann in Huse, wenn? Da bin ich in Huse, wenn ich hier bin, da war ich 24. Ja, da war ich 24 und... Und da bin ich hier mit Brelos, 60er wie die Kneipe dann aber noch mehr. Ja. Ja.